Okay, der Zahlenverdreher, da hat man auch gerade mitgekriegt, was der da so gerechnet hat. Elf Stiefel mit weichen Ledersohlen, ein Wühlschrat, vier Brüllhamster, zwölfmal Ohrgift für vier Silber, die Ampulle, macht... Äh, ja, ja, ist gut. Fex zum Gruße, kann ich dich kurz stören? Oh, meine Güte, was ist das für einer nun wieder? Äh, was? Ein Moment bitte, vierzehn Grüße für drei Silber? Der Fex, äh, ach, verfext und zugenäht, ich hab mich verzählt, was ist denn? Oh, Hester, ich wollte nur fragen, was du hier machst. Was ich hier mache? Was meinst du wohl, was ich hier mache? Ich zähle, schätze, feilsche, besteche, katalogisiere und kategorisiere ohne mich, wären das nur ein paar mittelmäßige Beutelschneider. Äh, ja, der plustert sich gerade ganz schön auf. Also bist du der Mann, bist du der Mann, also bist du der Mann hinter dem großen Fexenstreich, das Genie im Verborgenen? Oh, woher weißt du denn von dem großen Fexenstreich? Das ist doch geheim. Ah, diese alten Waschweiber, die können noch schlechte Geheimnisse für sich behalten, als dass sie kochen können. Oh, ja. Wenn sie wirklich den Anführer auf den Donnerbalken für fünf Tage geschickt haben, dann können sie wirklich nicht kochen. Aber da du eh schon Bescheid weißt, um ehrlich zu sein, ist Gildensternbeutel für die Planung im Großen zuständig. Ich plane die Feinheiten bis ins kleinste Detail. Aber ich habe schon zu viel verraten. Äh, aber nicht im geringsten, was mich noch interessiert. Was gibt's denn noch? Aber sei dir gewiss, von mir erfährst du nichts mehr. Ah, ja. Äh, ich wollte fragen, was du hier machst. Nee, so ein großer Fexenstreich ist doch bestimmt sehr kostspielig, oder? Äh, ja. Hast du denn auch an alles gedacht? Natürlich. Ich habe die Wurfhaken, das Öl, die Fischfässer, den, die, die Fluchtkutsche, äh, Beifex. Ich habe die Kutsche vergessen. Jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Was ist denn noch? Äh, nichts mehr. 22 Dukaten für Tarnos Schloss. Oh Gott, jetzt zählt er weiter. Schnell weg hier. Hilfe. Was lernt man daraus fürs Leben? Geht nie in die Diebes, in eine Diebesgilde. Das sind nur Verrückte. Oh, Zunderschwamm. Den können wir für den Ziegenhirten gebrauchen. Und Diamantstaub ist auch wertvoll. Und ja, ich sammle jetzt Zunderschwamm für den Ziegenhirten, weil ich will wissen, was der damit vorhat. Hey, wer trampelt denn da draußen schon wieder so rum? Dürfen wir Diebe nicht einmal jetzt ruhig schlafen, wo wir schon immer in der Nacht durch Nadorat schleichen müssen? Genau. Ruhe da draußen. Ach, und du bist besser ganz still da drüben. Oh, naja. Schlaf gut. Äh, Diebe schlafen in Schränken. Okay, noch eine neue Weisheit fürs Leben. Und noch eine Hardwerkskiste. Wir finden hier so viel Zeug für Vorkrim. Das ist ja toll. Ansonsten. Ja, ja, ich bin ja schon weg. Gucken wir mal oben in die Tür rein. Okay. Da sitzt der Typ auf dem Klo und da geht's nicht weiter. Da ist also die... Der Donnerbalken. Ich wollte jetzt schon Latrine sagen. Auf keinen Fall wieder eine ganze Becher voll Feuermoospülbär. Und hier... Und ja, genau, wenn man so viel Feuermoospülbär ins Essen tut, wird das ja höllisch scharf. Okay, und hier unten? Da ist Dilga Panik. Über die haben wir ja gerade auch schon was gehört. Aber gucken wir mal kurz, was hier noch ist. Eine Diebin und Gittertüren, die sich nicht öffnen lassen. Und eine Werkbank. Okay, die redet ganz freundlich mit uns. Äh, die verkauft was. Gucken wir mal. Sternenhände. Oh, Fingerfertigkeit. 2 plus 3, aber ansonsten nicht besonders gut. Oh ja, genau, was trägt. Ah ja, Kano trägt einen eigenen Degen. Also brauchen wir auch nichts anderes für Kano. Hm. Die Triche brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Und platzierte Samthandschuhe bringen. Auch nicht wirklich was Wichtiges. Also können wir das lassen. Äh, wo bin ich? Hier, nochmal ansprechen. Du bekommst doch bestimmt einiges mit. Hast du irgendwas Interessantes aufgeschnappt? Natürlich. Doch diese Information wird dich 5 Dukaten kosten. Äh, nun gut. Wie ich hörte, gibt es da ein lohnendes Objekt im Nordwesten der Stadt an der Flussgabelung. Im Keller sollen dort noch große Schätze liegen. Im Nordwesten der Stadt an der Flussgabelung. Okay, danke. Das Problem an der Sache ist, dass der verstorbene Besitzer angeblich den gesamten Keller mit Fallen versehen hat. Wenn du da reingehst, kannst du nicht sonst noch etwas für dich tun? Äh, nein, danke. Haben wir das als Quest zufällig? Nein, wir haben ja noch die Trolle an der Brücke. Äh, nein. Okay, an der Flussgabelung. Da müssen wir nachher mal gucken, wenn wir wieder rauskommen. Hier haben wir noch sie hier. Coano, was für eine Überraschung. Und du bist nicht allein gekommen. Mit wem hab ich das Vergnügen? Okay, wieder eine, die Coano kennt. Äh, ich bin... Dilga, das Schmusekätzchen aus Festum Traum meiner schlaflosen Nächte. Mach dir keine Sorgen wegen meiner Begleitung. Ich bürge für sie. Ah, das ist auch bandwett. Ach, Coano, hilfloser Hase. Du konntest noch nie gut lügen. Dennoch, willkommen. Ihr könnt mich Dilga, die Silberfüchsin, nennen. Ah, super. Ach ja, stimmt. Der Typ am Eingang hat von dir erzählt. Hilfloser Hase? Und vorgewacht was zu lachen. Und verschluckt sich an seinem eigenen Husten. Und wir sind natürlich mal wieder höflich. Es ist mir ein Vergnügen. Ich bin Bueno, ja. Willst du einen kleinen Auftrag? Äh, worum geht es denn? Ich würde zu gern wissen, was das neu eingetroffene Schiff am Hafen kostet. Ich bin gerade entlädt. Ein unauffälliger Blick sollte genügen. Äh, ja. Das ist ja was Einfaches, solange wir nichts klauen müssen. Okay, einen Blick will ich mal wagen. Kein Blut vergießen. Keine Auffälligkeiten. Werden die Kisten bewacht? Gebraucht ein Köpfchen. Ach, das ist kein Problem für uns. Wir sind ja Geode. Uns liegt Blut. Vergiss nicht. Und dafür habe ich ja auch mein Köpfchen. Was gibt es hier drüben noch? Oh, hier ist ein Ausgang. Also, wir haben jetzt so viele Mini-Aufgaben, die nicht im Questbuch stehen. Zum einen mal diese vornehme Dame, dann das Haus an der Weggabelung. Und jetzt sollen wir in ein Schiff am Hafen glinsen. Ach, jetzt sind wir hier unten. Nur hereinspaziert. Vielleicht später. Der war ja vorhin am Anfang auch noch unfreundlich zu uns. Ach, hier wieder. Sie ist immer noch mit Heller-Sammeln beschäftigt. Oh ja, etwas schleppend. Aber Fex wird das schon richtig. Ja, sie fängt weiterhin Heller auf. Hier hauen sie sich gegenseitig. Oh, hier ist noch ein Medicus. Medicus, wo war's? Wo drückt denn der Schuh? Äh, was hast du denn so im Angebot? Einen Stachelhandschuh? Ah, kein Schiff im Eigentlichen-Sinn, sondern ein Paradehandschuh. Na ja, danke. Du hast nicht wirklich was, was wir brauchen. Seid gegrüßt. Braucht ihr ernsthafte Hilfe bei Schmerzen, Wunden und Blessuren? Dann wendet euch groß nicht an Vater. Bleibt lieber bei mir. Das ist ja ein tolles Familiengeschäft. Äh, nein, heilen wollen wir uns gerade nicht. Wir sind ja alle gesund. Und mit dem Wettfuzzi, da wollen wir jetzt gerade auch nicht sprechen. Ich will jetzt erstmal hier raus. Oder steht noch was? Achso, das mit dem Blick in die Kiste, das ist ein Quest. Neues. Das ist gut. Jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt können wir mal kurz gucken. An der Flussgabelung. Das müsste hier irgendwo sein. Und ich glaube, am besten kommen wir da hin, indem wir uns die Drahtschweiber ignorieren für mal. Jetzt gehen wir erstmal zum Marktplatz zurück. Ich will diese Nobeldame finden. Da will ich mal kurz gucken, wie gut ist Korn eigentlich im Taschendiebstahl? Weil von sowas kann Cuado definitiv nicht die Finger lassen. Und das lassen wir ihm auch mal zu. Immerhin haben wir fünf Dukaten für diese Info, ähm, blechen lassen. Reicher Städter, reiche Städterin. Die steht ergeblich hier irgendwo, lungert sie bei den Ständen rum. Deswegen gucken wir uns einfach mal genau um. Nach dieser... Nach dieser noblen Dame. Du bist eine reiche Städterin. Du bist ein reicher Städter. Können wir noch mal dazu befragen? Nein. Können wir leider nicht. Juwelier, Aurelia. Hier rumstehen tut sie auch nicht so wirklich. Oder meinte er vielleicht bei den Ständen unten bei der Kaserne. Naja, da können wir auch... Oh, du bist ein verwirrter Städter. Nein, ich laufe gerade im Kreis irgendwie. Und da geht's wieder rein. Gleich, monodeitriger Kürtenschäbel, Waffenhändler, Rüstungshändler. Ah, da geht's runter. Da ist ja wieder der Effort-Geweite. Den ignorieren wir mal. Da ist wieder ein reicher Städter. Städterin, reiche Städterin. Nein, hier scheint sie auch nirgends zu sein. Da gucken wir uns jetzt mal das Haus an. Sofern wir es denn finden. Es soll angeblich an der Flusskabelung sein. Reiche Städterin. Da drüben stehen Fischer. Flüchtender Mann. Da läuft sie ja, die vornehme Dame. Toller Zufall. Ich kann jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Ja. Okay, aber vorher machen wir mal einen Quick-Safe. Ich will nämlich nicht wissen, wie die hier reagieren, wenn der Taschendiebstahl fehlschlägt. Blut gemacht. Das sieht jetzt ruckig aus, oder? So? Untertitelung des ZDF, 2020